...aufs Äusserste gefordert. Ein Adelbotensieg. Was wäre das für ein Ding? Und jetzt geht der Rhythmus annehmen. Ja, gut. Ja, das verhebt. Gut reinkommen. Er ist der beste Riesensalonfahrer der Gegenwart. Da gibt es überhaupt keine Frage, aber der Beste gewinnt nicht automatisch. Er ist hingegen, er ist der Sektor voll geglückt. Ja, die Passage. Ich habe das Gefühl, dass er mehr Zug nach vorne, als Alexi vor ihm hatte. Und deshalb immer noch viel Vorsprung bei der zweiten Zwischenzeit. Genau, jetzt konzentrieren auf die nächsten Bodenwellen. Perfekt, schön reingezogen, eng Raum hier. Gut, da kann er wieder Zug machen. Letzter Vergleich vor dem Zielhang. Wie sieht es hier aus? Ja. Eine gute halbe Sekunde, jetzt kommt der Steilhang. Da war er im ersten Lauf überragend. Auch er ein bisschen runder, aber er ist schnell und rex. Zieh ihn durch. Boah, knapp. Reicht das? Reicht das für Marco Odermatt? Das ist Adelbodensieger. Ja, nee, danke. Ja, scient歩 nur. 19 Uhr, 15 Uhr. Ja, das weiß ich nicht jetzt. In Demma. Warte 또, alles damaged. Ja, das weiß ich nicht. Und die Bege Thema ist allein.